Wer hat das so verrammelt? Dahinter ist irgendetwas Großes. Nein. Er ist ihm vertraut. Er versteht, welche Rolle er einnimmt. Versteht, was ich tue. Die Stirn wurde desinfiziert und markiert. Und ich versuche jetzt, einen Kanal zu schaffen, durch den ich das Gewebe einführe. Alles klar, es ist ein praktischer Chirurg. Mehr braucht man dazu nicht wissen. Ein paar einzelne Schritte. Genießt jetzt erstmal kurz die Musik. Oh, das ist so böse. So genial gemacht. Ein Meisterwerk. Ein ziemlich chaotischer Haufen. Äh, okay, Waffe wechseln. Ich würde es nicht wundern, wenn die Teile aufspringen. Kranker Scheiß. Anscheinend züchtet der Typ die. Der Typ, der hier drinnen ist und uns nicht irgendwo lang gehen lassen wollte, der züchtet jetzt diese Viecher. Wow. Äh, ich hab einen Energieknoten bekommen. Und ich geh jetzt langsam und... Moment. Ich soll das aktivieren. Das ist abgeschlossen. Und hier sind zwei Viecher drin. Ach, du Kacke. Aber die Musik ist krass. Geil gemacht. Verdammt geil. Mischer. Okay. Natürlich, warten wir. Bitte warten. Mischung des Antigens beendet. Bitte Kasse entnehmen. Wo geht das denn hin? Was machen Sie? Ihr Kampf ums Überleben ist bewundernswert, aber sinnlos. Und doch machen Sie weiter. Fast möchte ich glauben, wir hätten Hoffnung unseres Spezies. Bin ich der Einzige, der sehen kann, dass wir vor langer Zeit ausgestorben sind, es nur noch nicht akzeptieren konnten. Hören Sie auf, herumzulaufen. Zu kämpfen. Unsere Zukunft. Ihre Zukunft. Die Zukunft unserer sterbenden Rasse endet hier. Gestatten Sie mir, Ihnen die Nachkommen der Menschheit vorzustellen. Die Kinder, die uns ersetzen werden. Unsere größte Schöpfung. Ich hab's euch doch gesagt, Leute. Yay. Wie der Spaß gibt am Weiteren. Hopp. Oh, wow, wow, wow. Puh, der steht wieder auf. Wie denn? Hier ist nichts offen. Was? Reggie. Mach auf, mach auf, mach auf. Wow, wow. Nein, gar nicht lang, oder? Oh. Wehe. Das sagt mir jetzt, ich soll... Nein! Ach, scheiße! Moment, zwei. Wie viel? Vier Schuss. Okay. Okay, jetzt warte ich schon mal, wie das Teil funktioniert. Aber ich glaub, für das Teil könnte es dennoch zu stark sein. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Meine Fresse. Hat der Typ das echt sowas von total verrammelt? Oh shit. 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 shit, 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 shit. Boah. Ei, ei, ei. Kranke. Scheiße. Jetzt darf ich aber zurück, ne? Ja, äh... Äh... Wow! K.P.S.T.V. Wow. Ich winsel mich hier zu Tode. Jetzt kommt das Vieh gleich um die Ecke gerannt und dann aus irgendeiner dieser Fenster. Du musst jetzt eine DNS-Probe der Wucherung finden. Laut den Laborberichten wird eine inaktive Probe auf der Intensivstation gelagert. Ein Dr. Mercer hat offenbar damit experimentiert. Ich versuche die ganze Zeit schon Hammond anzufunken, bekomme aber nur Rauschen. Isaac, du musst dich beeilen. So, verkaufen wir den Halbleiter. So. So, liebe Leute. Wie ihr hört, haben wir einen neuen Freund gefunden. Und er wird uns jetzt erstmal wahrscheinlich auf Schritt und Tritt verfolgen. Und weil meine Nerven das gerade nicht mehr mitmachen, sage ich euch jetzt, ciao, bis zum nächsten Mal. Das ist für mich heute genug. Uhhh. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Ich verkacke hier. Hilfe! Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.